Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Ihr habt es tatsächlich hingekriegt in kürzester Zeit, ihr seid der Wahnsinn, dafür gibt es auf jeden Fall mal das Clap-Your-Hands, mein Lieben, und den Trommelwirbel natürlich. Da ist er. Ihr habt innerhalb Küsserzeit 200 Däumchen dagelassen, offensichtlich wollt ihr den Map-Cleaner haben und dann bekommt ihr den natürlich auch, ich habe gesagt, ich mache den dann sofort fertig und dann mache ich euch den auch fertig. Und zeige denen, die womöglich nicht wissen, was der Map-Cleaner ist, was er kann, wie er arbeitet, zeige ich natürlich in dieser Mod-Vorstellung nochmal, was er so tut. Und ja, meine Lieben, ihr seht es hier, das ist der Map-Cleaner, der sagt, ja, das ist ein Ladewagen. Ja, der kann ein bisschen mehr und der tut auch ein bisschen mehr. Ihr habt vielleicht die letzte Mod-Vorstellung gesehen von dem Jumbo in der Gold Edition, das ist so ein bisschen die realistischere Variante mit so ein bisschen Arbeitsbreite. Was ich übrigens beim letzten Mal nicht erzählt habe, der sammelt auch auf, wenn der rückwärts fährt. Ich finde das irgendwie unrealistisch, dass der nur aufsammelt, wenn der vorwärts fährt, weil dieser Pick-Up sich ja trotzdem drüber dreht. Das ist nicht, also, macht man in der Regel ja nicht, aber der sammelt tatsächlich auch auf, wenn der rückwärts fährt. Das tut übrigens der Map-Cleaner auch. Erstmal zu den grafischen Eigenschaften, da steht halt jetzt überall Map-Cleaner drauf, damit ihr es auch wisst, wisch und weg. Darum geht es ja auch, dass wir die Karte wirklich sauber haben und auch wirklich alles weggeräumt haben und alles leer haben. Und hier sehen wir das auch nochmal, ist das grafisch nochmal hinterlegt, der Hirschfeld-Map-Cleaner, damit man eben wirklich sieht, dass das sauber wird. Im Gegensatz zu diesem Hirsch hier ist der hier mit seinem Putzlappen unterwegs. Ja, das an der Stelle grafisch, aber wir wollen ja sehen, was das Ding eigentlich kann. So, und dafür starte ich den mal und dann fahre ich erstmal hier lang. Und dann sagt ihr, Mario, das ist ja schön und gut, der saugt, genau wie der andere auch, saugt der Gras auf. Ja, auf der linken Seite tut er das so, aber ich habe den für euch so umgebaut, dass er das auf der rechten Seite in einem etwas größeren Bereich tut. Gut, jetzt fragt ihr natürlich Mario, warum denn nur die rechte Seite und nicht die komplette Fläche zu beiden Seiten. Das liegt daran, dass ihr so die Kontrolle darüber habt, wo der Map-Cleaner wirklich gut einzieht. Ansonsten kann man tatsächlich sehr merkwürdige Effekte haben, zumal der auch Mist aus einer Mistplatte zum Beispiel raussaugen kann oder sonst irgendwas. Und das möchten wir natürlich vermeiden. Jetzt aktuell sind das 30 Meter zur rechten. Das Gerät schluckt 555.000 Liter, aber keine Sorge, das Gerät fährt trotzdem weiterhin. Er ignoriert nämlich die Masse in dem Fahrzeug, sodass ihr die mit halbwegs normalen Traktoren ziehen könnt. Ja, und hier seht ihr, hier saugen wir mal eben, ich glaube, das waren auch schon 100.000 Liter hier rein. Der fährt hier ein bisschen langsamer, weil er die maximale Last oder das maximale Input überschritten hat. Ihr sollt auch ein bisschen merken, dass da wirklich viel drin ist. Aber hier seht ihr schon auch, der Traktor, ich habe den gerade so eben an der Grenze konfiguriert. Also der macht 250 PS, aber ihr seht, die Arbeitsgeschwindigkeit geht bis auf 35 kmh hoch. Wenn der Traktor ein bisschen schneller und ein bisschen stärker ist, dann macht er das auch noch schneller. Ja, und dann könnt ihr entsprechend das aufsammeln. Und wie ihr hier seht, kann der noch eine ganze Menge ausschütten. Also ihr seht, der kommt auch hier relativ schnell an dieses maximale High-Type, wenn ihr das Zeug ausschüttet. Das ist jetzt halt auch viel Zeug, was ich da drin habe. Da sind fast 200.000 Liter drin gewesen. Aber genauso schnell, wie wir es ausgeschüttet haben, können wir das natürlich auch wieder einsameln. Und ihr habt es gerade gesehen, rückwärts fahren, wie gesagt, geht auch. Dann zieht er das eben auch ein. So, und hier, wie gesagt, erreichen wir nur die maximale Geschwindigkeit nicht, weil ich den so eingestellt habe, dass er eben nicht zu viel auf einmal reinsaugt. Gerade wenn ihr solche Berge habt, dann ist das auch okay, dass der da nicht drüber fliegt. Das habe ich bewusst so eingestellt. So, jetzt möchte ich euch aber natürlich auch noch mal was anderes als Gras zeigen. Dafür springen wir ein wenig in der Zeit. So, ich habe euch jetzt ein bisschen Weizen hier hingeschüttet. Also tatsächlich sind das, ich glaube, 100.000 Liter Weizen und 100.000 Liter Steine. Die haben wir jetzt auch hier drauf liegen, damit ihr seht, dass der MapCleaner wirklich alles aufsaugt und gar keine Probleme damit hat, auch das entsprechend wegzufahren. So, und da lohnt sich natürlich auch wieder, dass wir da Kontrolle drüber haben und wissen, okay, zur rechten Seite, 30 Meter saugt er ein. Das seht ihr hier, da haben wir 100.000 Liter Weizen eingesaugt. Und das kann natürlich auf dem Hof oftmals wirklich auch hilfreich sein, dass ihr einfach wisst, okay, da liegt irgendwie Zeug gerade, ich musste das da hinschütten. Und das ist furchtbar anstrengend, das irgendwie auch aufzunehmen oder was weiß ich, ihr habt was verschüttet, wolltet das nicht aus Versehen und dann wollt ihr nicht mit dem Radlader hinfahren oder sonst wie das auffüllen und, und, und. Und dann könnt ihr das entsprechend abgeben. Ach so, ich muss das natürlich so reinmachen, nicht abschütten hier im Trigger, sondern das muss natürlich in Silo. So, also das war ein Weizen, so habt ihr gesehen, der lädt auch natürlich den Weizen aus. Ich habe natürlich auch die Entladegeschwindigkeit erhöht, sodass auch wirklich viel dadurch geht, sodass, ja, dass ihr den einfach sauber nutzen könnt. So, und jetzt natürlich das Thema Steine. Das habe ich mit reingenommen, damit ihr seht, dass es den Traktor nicht interessiert. Ich habe ja gesagt, der hat, der hat die 250 PS, die er für den Ladewagen an sich braucht, die hat der gerade eben, und das heißt auch, der kann hier so damit rumfahren, aber er hat eben dieses Gewicht nicht von den Steinen. Wenn der das Gewicht hätte, dann würde der Traktor den nicht mehr ziehen. Ich kann euch das auch mal eben zeigen. So, und das tut er nämlich im, der Hirschfeld Jumbo Gold Edition, der hat eben die Masse natürlich schon noch, wenn die da drin ist. Wir können damit zwar auch das aufsaugen, damit solltet ihr allerdings irgendwie nicht so, damit solltet ihr ein bisschen realistischer spielen. Also auch der hat natürlich ein bisschen die Arbeitsbreite erhöht, obwohl ich glaube, ich reduziere die tatsächlich auch noch ein bisschen. Das hat mir auch jemand von euch geschrieben, dass ihm das ein bisschen zu viel ist. Das sieht dann tatsächlich auch ein bisschen merkwürdig aus. Wollen wir natürlich nicht. So, und jetzt fängt er schon an, durchaus hier zu ackern. Also jetzt fährt er hier mit 57.000 Litern Steine durch die Gegend. Und ja, also ich stehe voll auf dem Gas, aber der kommt natürlich jetzt, kommt hier wirklich nicht auf die Geschwindigkeit. Da braucht er relativ lange, bis er dann die Geschwindigkeit aufbaut. Da merkt man einfach, dass da die Masse doch noch anders dazu zählt. Ja, meine Lieben, das ist es eigentlich gewesen. Ich kann euch das eigentlich nur noch im Shop kurz zeigen. Dann haben wir alles gehabt. Und zwar ist er auch wieder bei den Ladewagen. Derzeit hat er noch das gleiche Symbol wie der Hirschfeld Jumbo. Ich weiß noch nicht, ob ich das anpasse, aber darunter steht der Name Hirschfeld Map Cleaner. Den gibt es für 10.000 Euro, weil der in der Regel gebraucht wird, wenn was passiert ist auf dem Hof oder ihr irgendwie frustriert seid oder sonst irgendwas, weil der ganze Zeug vorliegt, den er das alles nicht wegkriegt. Und dafür ist der Map Cleaner ja gedacht, dass man da was sauber und aufräumen kann und dass man einfach was Nerviges wegbekommt. Und deswegen gibt es den einfach günstig. Weil das, ja, dafür ist er gedacht. Wenn ihr natürlich sagt, okay, dann spiele ich halt immer mit dem Map Cleaner, dann ist das euch überlassen. Das dürft ihr auch. Wenn ihr riesige Karten spielt oder sonst irgendwas, dann lohnt sich das womöglich auch. Ja, ansonsten, hier seht ihr natürlich, da ist die ganze Konfiguration drin. Also die Werbetafeln können natürlich auch wieder abmachen. Wenn ihr die Abdeckung drauf macht, dann habt ihr das gerade gesehen. Klappt ihr die Abdeckung auf, dann steht da entsprechend auch vorne Map Cleaner drauf. Man kann die Abdeckung auch wieder zumachen. Und von außen ist da dann nichts zu sehen. Da gibt es ja dann die Hirschfeld-Logos und da vorne steht der Map Cleaner drauf auf dem Map Cleaner. Ja, das ist es, meine Lieben. Ihr habt das gewollt. Ihr habt die Daumen da gelassen. Es gab einige Leute, die auch drunter geschrieben haben. Hey Mario, wir möchten auf jeden Fall haben. Und natürlich möchte ich mein Versprechen halten und habe euch hiermit den Map Cleaner geschickt. Den wird es auch noch irgendwann in einer Version 2.0 geben. Dann werden noch ein paar Farbkonfigurationen, freie Auswahl dazu kommen. Dann könnt ihr selber bestimmen, wie der Map Cleaner bei euch aussehen soll. Das machen wir dann, wenn es soweit ist und ich dann wirklich den Giants Editor habe. Und für die, die da immer wieder nachfragen, ich habe den noch nicht. Das, was ich hier gemacht habe, habe ich alles ohne Giants Editor gemacht. Das habe ich in den Dateien gemacht. Das geht ohne, braucht man nicht unbedingt. Aber da muss man natürlich schon ein bisschen da reingucken können. So, jetzt aber wirklich. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Däumchen. Für nette Kommentare, sofern ihr die geben möchtet. Und ja, ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bye, bye und ade. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020